So, dann gehen wir mal so lang. Solltet ihr euch mal angucken. Ihr werdet dann schon selber lesen müssen. Das Lesen und Begreifen kann ich euch leider nicht abnehmen. Und auch ihr müsst begreifen, was hier abgeht. Dass wir wieder ins Nazi-Gesetz eingeführt wurden. Einfach mal genauer lesen. Kein Friedensvertrag. Schlussfolgerung daraus ist, das Nicht-Staatsangehörigkeitsgesetz. Danke.